Dann alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Das schaffen wir wieder. Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. Gefallenen Die Bordelektronik ist komplett hinüber. Aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Sie konnten hier einen alten Info-Hub wiederherstellen. Unten in den Tunneln. Das sollten wir uns ansehen. Die Bordelektronik ist komplett hinüber. Eine Karte des gesamten Gebiets. Wir brauchen unbedingt einen Morp-Antrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Den meisten jedenfalls. Unsere einzige Hoffnung liegt am Fundort unseres Schiffs. Wir müssen zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, da sind wir wieder. Scannen nach dem Morp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Hoffentlich bist du bereit. Ja. Ha. Aaaah. Hier. Das ist dein Ding. 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 Das ist dein Ding.